Wo soll er per WhatsApp die Freundschaft kündigen oder für immer mit Knossi auf einer einsamen Insel leben? Ich würde mit Knossi auf einer einsamen Insel leben. Der macht das so gut gerade da bei diesem Seven Wots is Wild. Ich wusste eigentlich, kannst du Knossi einfach mit nur Zigaretten und einem Feuer schnell auf einer Insel lassen, der kommt klar. Sich für immer von Nudelgerichten ernähren oder für immer Kartoffeln essen? Boah, ich würde mich für immer nur noch von Nudelgerichten ernähren. Das kriege ich hin. Ich bin ein klassischer Bolognese-Typ, schön ragu. Jetzt habe ich Bock auf Bolognese. Ab jetzt nur noch mit einer Punkrock-Band durch Deutschland ziehen oder nur noch in TV-Shows Cash machen? Ich würde die Punkrock-Band nehmen, weil da ist halt das, was man mit dem Cash machen kann, kriegst du da halt alles umsonst. Und es gibt ja anscheinend schon den ein oder anderen Punkrock-Song von dir, ne? Ich habe eine Punkrock-Band. Könnte man, wenn man sich richtig informiert, kriegt man das raus. Bei einem Song gibt es ja ein Tuba-Intro und ich muss sagen, ich lieb's. Kreuzberger Nächte? Yes. Und das ist von meiner Band, ja. Gesicht für immer glatt rasiert oder alle Haare am Körper wachsen lassen? Alle Haare am Körper wachsen lassen, wie es ja sowieso mache ich. Mir wachsen mittlerweile hier aus dem Ohr so Haare raus und so. Ich lasse sie einfach wachsen.